Mein Name ist Rachel Erdmann, ich bin Gerichtsreporterin und freie Autorin. Josef Süßkind Oppenheimer wurde geboren in Heidelberg 1698, 1797, so genau wusste er es selber nicht, er lernte 1732 Karl Alexander kennen, der damals nur Väter ist und eigentlich keine Aussicht hat, jemals Herzog in Württemberg zu werden und wird sein persönlicher Hof- und Kriegsfaktor. Und auch sein Privatbankier und seiner Frau. Und ganz überraschend fällt 1733 doch der Thron an Karl Alexander, weil nämlich der Herzog von Württemberg stirbt, ohne einen Erden zu hinterlassen. Und nun muss leider Karl Alexander auf den Thron, was die Landschaft schon aufregt, bevor er das Land betritt, denn er ist nämlich Katholik geworden. Und Württemberg ist eine pietistische Insel da im sonst katholischen Süden. Und er behält Oppenheimer bei als seinen persönlichen Finanz- und Wirtschaftsberater, macht ihn aber auch gleichzeitig zum Wirtschaftsberater für die großen Umgestaltungen, die er vorhat in Württembergs Wirtschaft. Er will aus diesem rückständigen Agrarland mit sehr großer Geschwindigkeit einen fortschrittlichen Handelsplatz machen und dazu muss er im Prinzip die ganze Wirtschaft des Landes umkrempeln. Am 12. März 1737 wird Karnefall gefeiert im Schloss in Ludwigsburg und spätabends fällt Karl Herzog tot um. Ein Steckfluss, wie berichtet wird. Also ein Schlaganfall. Und Oppenheimer eilt nach Stuttgart, um die Witwe, die jetzige Witwe, zu benachrichtigen vom Tod ihres Mannes und wird verhaftet. Elf Monate zieht sich dieses Verfahren hin und er wird hingerichtet am 4. Februar 1738. Erdrosselt auf dem höchsten Geigen im Heiligen Reich deutscher Nation, zwölf Meter hoch vor den Toren Stuttgarts. Und sein Leichnam wird in einen eigens vielen angefertigten, rot angestrichenen Eisenkäfig dort ausgestellt, wo er sechs Jahre lang baumelt, ehe der Sohn von Karl Alexander, der mit 16 dann den Thron betritt, Karl Eugen, ihn vor Ort still und heimlich verscharren lässt. Die Kosten nicht nur seiner Hinrichtung, sondern auch die Kosten des Verscharens werden dem Toten in Rechnung gestellt. Die württembergischen Beamten brauchen noch ungefähr 30 Jahre lang, um sich auszurechnen, was sie sich alles zu holen haben aus seinem Vermögen. Interessant, also das ist jetzt aber, das kann ich nicht belegen, das ist so ein Gerücht, was in Stuttgart und was verschiedenen Publikationen war. Aber man weiß, dass Teile des Käfigs auch versteigert wurden, dann später, als er da abgenommen wurde. Und es gibt das Gerücht, ich würde mal sagen, das ist ein Gerücht, ich weiß es nicht, dass Teile des Käfigs noch eine Terrassengeländer sind in einem Einfamilienhaus in Stuttgart. Oppenheimer ist quasi direkt nach seinem Tod mit den Flugschriften, die sich da über das ganze Land ergossen, zu einer Symbolfigur des Antisemitismus geworden. Das ist der Jude, der heimliche Herrscher hinter den Kulissen, der heimliche Strippenzieher und so etwas. Es ist ein Mythos, der nicht ausstirbt bis heute. Man hat immer überall auf der ganzen Welt sozusagen, die Juden sitzen irgendwo hinter den Kulissen und steuern die Welt. Diese Idee von der jüdischen Weltverschöpfung stirbt ja einfach nicht aus. Und deshalb ist es so besonders und deshalb wollte ich auch sozusagen zurückgehen zu einer der Ursprungsfiguren. Denn interessant an der Geschichte ist ja auch, dass es ausgerechnet ein jüdischer Schriftsteller gewesen ist, Leon Feuchtwanger, der zu diesem Mythos etabliert hat. Leon Feuchtwanger lässt in seinem Roman Jodzös seine Titelfigur zum sterbenden Herzog sagen, du warst nichts als ein kleiner Zufallsherrscher, gewalttätiger Zufallsherrscher und ich habe dich tanzen lassen. Also da kommt dieses Bild zuerst. Und ich habe, als ich erfahren habe, dass es in Stuttgart im Hauptstadtstaatsarchiv tatsächlich sämtliche Prozessakten gibt, acht Meter sind das, die Originalakten. Und ich habe gedacht, okay, da grab ich mich jetzt ein und dann wird es vielleicht mal Zeit, die wahre Geschichte, soweit man das rekonstruieren kann, zu erzählen. Denn das ist auch noch interessant. Es gibt zwar ungemein viele Publikationen über Oppenheimer, über diese Sache, aber es hat sich kaum jemand die Originalakten angesehen. Leon Feuchtwanger übrigens auch nicht. Ich denke, man sollte die Geschichte erzählen aus zwei Gründen. Das eine ist einfach, also das war jedenfalls mein Ehrgeiz, ihm seine wahre Geschichte wiederzugeben. Denn ich sehe nicht, dass sie bisher erzählt worden ist. Eben schon allein deshalb, weil ich glaube, man kann die, man braucht nicht mal wirklich zwei volle Hände, um abzuzählen, wer sich diese Akten mal angeschaut hat. Ja, also es ist sozusagen, jeder hat irgendetwas gemacht mit dieser Figur. Aber sich anzuschauen, was tatsächlich passiert ist, hat kaum jemand getan. Und ich glaube, es ist sowieso immer wichtig, dass man sich der Wahrheit einfach mal nähert. Und die Fakten sprechen einfach für sich. Und ich glaube, es ist auch immer einleuchtender, eben nicht nur etwas zu machen mit einer Figur in einem Stoff, etwas wie ein Stoff zu behandeln und beliebig irgendwie zu betreiben, sondern einfach sich strikt an die Fakten zu halten. Der Verweis darauf, dass nach dieser Verhaftung sofort die Versteigerung des Haushalts beginnt. Ich glaube, das spricht für sich. Und da muss man, man muss nicht erwähnen, dass man sagt, ach, das ist ja wie in den 30er Jahren wieder unter den Nationalsozialisten. Ja, also es gibt eine Kontinuität. Aber zum Ursprung zu gehen, glaube ich, halte ich für sehr hilfreich.